Weisheit ist Kraft, denn Wissen ist Licht, und Licht und Kraft sind eins. Wer weiser ist, also sein Wissen austeilen kann, der vermittelt das Licht, dass da ist Kraft aus Gott, denn den Zustrom spürt der Empfänger wieder als Kraft. Es wird, wer Wissen vermittelt bekommt, über sich selbst hinauswachsen, denn geistige Kraft in ihm vermehrt sich. Sie nimmt auch nicht ab, wenngleich der Mensch wieder davon abgibt. Sein Wissen nimmt ständig zu, das heißt, es gliedert sich Weisheit an Weisheit an, es entsteht ein klares Bild nach dem Anderen in seinem Innen, wo zuvor Dunkelheit, also eine geistige Leere, war. Es ist ein Licht entzündet, das nach allen Seiten hin seine Strahlen senden kann, ohne seine Leuchtkraft zu verringern, das aber ein Quell des Lichtes werden kann, wenn immer neue Flammen entzündet werden und so die Dunkelheit des Geistes gebannt wird, wo das Licht aufleuchtet. Ist der Mensch wissend geworden, so wird er dieses Wissen niemals brach liegen lassen, sondern er wird sich getränkt fühlen, es weiterzugeben, und also wirkt das Wissen als Kraft, denn sie treibt das Lehren der Wesen zur Tätigkeit an. Ebenso werden auch die wissenden Wesen im Jenseits mit erhöhtem Eifer dieses Wissen austeilen wollen. Niemals werden die Wesen sich begnügen damit, selbst in Wissen zu stehen, sondern förmlich wird Eifer dieses Wissen weiterzugeben. Und so weckt die Kraft aus Gott, die in Form von Wissen allem zusträmt, was empfangswillig ist, sei es der Mensch auf Erden oder das Wesen im Jenseits, das in den Bereich der Liebesausstrahlung Gottes tritt und nun Licht und Kraft in Form von Wissen empfängt. Was von Gott ausgeht, wird immer zur Tätigkeit anregen, weil Gott ständig Leben erzeugt und alles, was lebt, tätig ist. Geistiges Leben muss sonach eine geistige Tätigkeit sein. Es muss ein weiterleitendes Licht- und Kraftstromes sein, der in Gott als dem Quell der Kraft seine Ursprung hat und alles durchdringen soll, was vor dem kraftlos und lichtlos war. Das heißt, das Wesenhafte, das ohne jegliches Wissen ist um Gott und sein Wirken, muss in dieses Wissen geleitet werden, weil Unwissenheit ein mangelhafter, glückloser Zustand ist, der gewandelt werden soll in einen vollkommenen, glückseligen Zustand des Wissens um Gottes Macht und Herrlichkeit. Also wird Wissen Licht und Kraft bedeuten. Es wird der Dunkelheitszustand verdrängt und in einen Zustand des Lichtes gewandelt und gleichzeitig das Wesen fähig, auch die Dunkelheit anderer Wesen zu bahnen und sie dämlich Nähe zu bringen. Und es wird diese Fähigkeit nützen, weil es nicht anders kann, als unendweg tätig zu sein. Amen.